Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Infektiv mit mir und Leo Zusatz eingeschaltet habt. Heute machen wir eine kleine Baurunde und Ordnungsrunde. Bisschen umzüchten und so ein bisschen planen und jetzt auch dabei. So wurde er auch erstes und mal den Flachstattes hoch auf die Plattform. Oops. So. 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 So now I need buttons. Das ist jetzt die erste Ecke Küche, die wir jetzt anfangen. Jetzt brauchen wir mal kurz, wer haben wir hier drin? Ja, genial. Das brauchen wir mal kurz. Was ich hier besprochen habe, ist, dass wir jedes Mal Sektoren forcieren. Das heißt, jedes Mal Sektoren bauen. Und da haben wir dann erst mal angefangen, diese große Schmelze zu bauen. Wir brauchen 18 Dachen, Eisen und das heißt, wir brauchen auch noch. Wir brauchen eben mehr Wachen und Eisen, um mal unsere Schmelze zu bauen. Und dann machen wir nur in Runde. Ich hoffe, das glaubst du, wie ich mir das vorstelle. In jeder Runde. In jeder Runde. In jeder Runde. Und das ist eine Elektronik-Faktor. Es ist eine Elektronik-Faktor. Es macht da, ähm... Und dann auf der Wappern-Pierre mit dem Muskeln. So dann... Bis dann, die Wunsch-Pierre mit dem Muskeln. So, das kann ich wieder sagen. Und schon. Das ist zwei Liede, Bauna. So. 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 Also. Wie geht das jetzt von Seiten? Aber wie geht das? Wie ging das? Sag mal. Also es gab noch die Pläne, was sie mit jedem machen sollen. So, hier geht's. Hier geht's. So, das war's für heute. Leben beziehungsweise kann man nicht so viel Lebenärztlich verarbeiten, denn ja, wie geht das? Ich weiß sogar nicht mehr, aber ich erkennt mich bestimmt, dass das mit Rat und Tat. Ich weiß, dass ich mich nicht mehr schreibe. Oh Gott, ich bin mir auch da. Okay, ich bin mir auch da. Okay. I don't know how much this is. Okay. 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 coping Das ist ein wenig. Puh, süß, süß, süß. Doch ich hatte seit mir so daran geredet. Er hat mir irgendwas verbrannt im Mund. Das tut so viel. Aber die Oben waren schon drinnen. Die werden natürlich das Gott zeigen. So was wir können finden. Und so was wir können finden. Und so was wir können. Und so was wir können. Und so was wir können. Ops. Wir machen noch ein bisschen Müsse. Müsse. Da. Und dann gleich eine Fliebfahrt zu haben. Ja. Und. Jungen, wir werden mal essen. Wir werden mal pratschen. Boah. Ja. 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 Da. Ich würde. Ja. Ja. Das ist ein Gerät, das ist ein Gerät. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich denke mal, wir werden nicht an die nächste Folge bleiben. Ich bin persönlich dabei bei dieser etwas ruhigeren Runde. Aber das muss auch mal sein. Ich wünsche euch nach uns und Freitag. Passt aber auch auf. Bleibt gesund. Ich bin persönlich. Ich bin persönlich. Ich bin persönlich. Ich bin persönlich. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.